Musik Kommt ihr langsamer runter? Seid ihr fertig? Ja, wir kommen. Habt ihr alle Fenster zu? Nicht da auch? Hurra, wir fallen in Urlaub! Wo ist denn der Schlüssel? Wie? Der Autoschlüssel ist nicht da. Guckt mal genauer. Wann bin ich denn das letzte Mal damit gefahren? Unser Zug kommt gleich, ist ja schon klar. Der kann ja nicht weg sein. Ich ruf jetzt Oma an. Wir haben noch einen Satzschlüssel, wo ist der denn? Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe ihn, ich habe ihn gefunden. Was ist denn der Quasi? Scheiße, was sollen wir jetzt machen? Ist der Urlaub jetzt endgültig gelassen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ihr habt schon wieder im Internet. Euch interessiert das wohl überhaupt nicht, oder? Guckt mal, was ich hier gefunden habe. Zugunglück in Deutschland. Der um 16.30 Uhr gestartete Zug RI 13 aus Kaiserskirchen, der unserer Frankfurt am Main ist tatsächlich. Tatsächlich. Zum Glück waren wir da nicht drin. ulusRa Der